Ey, was geht ab, Freunde? Willkommen zum Video. Das ist mein Flow. Ihr seht, wie ich spiele, Bro. Und dann sind wir heute am Essen und Cheaten. Yo. Yo, bist du Rapper? Nein. Aber, Freunde, wir werden heute sehr, sehr fett werden, denn ich hab ein bisschen viele Burger bestellt. Aber ihr habt wahrscheinlich schon am Titel gecheckt, dass ich heute einen Burger essen werde pro Kill, den Schmocky machen wird. Wird katastrophal. Ich will ja nur kurz sagen, Freunde. Letztes Video mit Schmocky, einen Kill, ein Einmalding ins Irgendwas machen. Hat Schmocky fast 20 Kill gemacht, oder? Waren das 18 oder so? Es war auf jeden Fall Gewalt. Und deswegen, Freunde, wir reden einfach nicht langsam und starten jetzt rein ins Video, denn die werden gleich kalt. Und dann kann ich sie noch schwieriger essen. So, Schmocky, ich hoffe, du fängst früh an, Bruder, weil ich will direkt schon den ersten reinbeißen, halt. Okay, meine Damen und Herren, wir landen jetzt in Blieben. Und ab Willen, Blieben, bitte, Blieben. Schmocky, lass mich stehen. Bist du, hey, Stan. Was, hey, was? Ey, dieser Stan, Stan Place. Redet der so? Ich will den, der, der nicht reden. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, ob er wirklich so redet. Aber wir sind jetzt hier in Believerbie. Was ist das? Believerbie. Believerbie. Mal gucken, ob Schmocky das Ganze überlebt, Freunde. Aber ich hätte schon Bock, weil, Bruder, guckt euch mal diese Tüte an. Guckt mal, wie viel Burger da drin sind. Und ich habe davor noch vier anderen. Mama Mia, deine Kokosalassi. Dann habe ich richtig Hunger. Und die werden kalt, Schmocky. Die werden kalt. Aber mir ist ein paar Schwitziges am Start. Einen Kill darfst du machen. Einer da. Oh. Hast du ihn schon plätschen? Oh. Schmocko, loco. Bama. Es geht los, Digga. Da steht einfach Hamburger. Ah, nee, das ist ein Burger. Okay. Gib uns den Gegner. Ja, ja, lass den Gegner mal machen. Ah. Da kommt ein Riesenball auf uns zu. Hey, Bro. Die Waffe. Oh mein Gott, Junge. Ich schwöre, ich rass hier aus. Ich habe eineinhalb. Ja. Finde ich mich bitte. Ich will zu Ende essen. Korrekt. So, Freunde. Jetzt guckt mich, ich mache die Zugucken und ich kann in Ruhe meinen Burger essen. Bitte ein Schild, bitte. Boah, Digga. Ich merke aber gerade beim ersten schon, Digga. Das wird schwierig, wenn ihr jetzt 20 Spiels macht. Wieso? Du bist jetzt schon satt? Okay, wir haben hier auf jeden Fall Schild. Das ist sehr schön. Ach ja, musst du mal ein Schild, Bruder. Das ist super. Der erste halt. Der erste macht schon gut satt, Alter. Uh, ist sie kill? Nein, ich habe gerade den ersten geschafft. Wir sind beide white. Mach die. Schild mal bitte. Schild mal bitte. Lass mich kurz den zweiten essen. So, jetzt normale Hamburger. Drei kills, okay. Okay. Vier kills. Okay. Oh, Schild, hallo. Ja, vier Burger. Ja, ja. Ich mache gerade schon den zweiten. Boah, zwei haben wir. Junge, wie viele Leute sind hier gelandet? Das ist hier crazy. Nein. Bruder, zimmer bitte. Schmocki, mach mal keine Kills mehr. Hallo. Ich meine das gerade ernst, Bruder. Ey, der hat schon fünf. Ich bin gerade mein dritter Burger. So. Ja, ich bin doch gleich tot. Bin gerade übel am Durpen irgendwie. Nein, damit. Du riechst, oder? Frist, Bruder. Fünf Burger. Bruder. Ich hätte das mit Nuggets machen sollen. Was für Burger, Liga. Okay. Oh, nein. Ja. Ja. Nein. Nein, 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 nein. Gott sei Dank. Oh, mein Gott. Ich weiß, Schmocki, du hättest noch zehn Kills mehr gemacht, normalerweise. Letzte Runde waren es 18. Ist mir scheißegal, Bruder. Ich bin so... Bimmst du das so? Okay. Ich bin so voll, Liga. Ich habe 20 Pärer geholt. Ich habe fünf geschafft vielleicht. Nee, ich muss noch welche machen. Ja, du frisst jetzt aber auf die fünf. Ich muss dich jetzt noch zu Ende essen. So. Also, ich habe hier eins, zwei, eins. Boah, es hat noch Zwiebel gerochen, Liga. Bede Kist hast du insgesamt fünf? Ja. Die Runde war aber echt furchtbar. Egal. Ich hoffe, gleich killt mich irgendwer, weil dann kann ich auch spectate. Da kommt einer zu dir. Und er... Oh, nice, du hast ihn. Okay, ich dachte, er killt. Bro, wie ekelhaft. Bruder. Das heißt, Freunde, das ist der erste Kill von Schmocki. Ich warte aber noch, bis ich gedaunt bin, weil dann kann ich zugucken. Oder? Kann ich hier auch ein... Ja, aber es ist gerade übel Krise hier. Ja, gerade sind viele Leute hier, ne? Boah, ich stelle mich einfach hier vorne hin, der und... Da! Kill mich, Herr Baby! So, Freunde, wir fangen direkt an mit dem Mac Double 32. Ich muss sagen, du bist jetzt gefällt mir das Video noch, Liga. Aber wenn das gleich dazu kommt, Liga, dass wir hier 20 Burger essen, dann kott bei Gott. Weißt du das, Freunde? Wir haben mal... Oha, Bruder, hier ist ja jeder einfach mit Ferrari, Marari, alles. Bro, diese Waffen, die machen mich fertig gerade. Ja, diese Alien-Waffen, warum habt ihr die reingemacht? Also so oft jetzt. Will doch keiner. Oh mein Gott, du hast einen HP, oder? Nee. Okay, Freunde, jetzt vielleicht haten wir sogar. Und Schmocki hat noch einen Kill. Okay, jetzt sind wir bei zwei Kills. Also, Freunde, ich kann anfangen. Bro. Ich weiß nicht, Bro. Ich werde doch gleich tot sein. Meinst du? Ich weiß nicht. Ich habe keine Shotgun. Oh nein. Oh Gott. Du ekliger, Digga. Drei Stück, Digga. Bruder, ich habe gerade mal vom ersten abgebissen, Alter. Da ist der nächste. Der ist noch ganz gemütlich den ersten weiter. Das mache ich eigentlich. Bro, ich bin wirklich gerade los, dass ich zum ersten Mal verknallt bin. Ist doch egal, Digga. Mann, mein Equip macht mich auch so aggressiv. Schmocki. Okay, wir haben bis jetzt vier Kills und ich bin gerade immer noch am ersten. Das dauert aber auch gerade, bis ich bin ehrlich. Oh, Mann. Scheiß. Nein. Nein. Hör auf, Mox. Bitte, Bro, ich bin doch am ersten. Gib doch mal. Oh, Digga. Let's go, Baby. Kills, Digga. Es leben noch 40 Leute. Let's go, Digga. Okay, ich lege los. Was ist denn gerade für einen? Ist der lecker? Chili Cheese Burger, Bruder. Immer noch der erste. Boah. Boah, Chili Cheese. Lecker, Digga. Ja, ist super. Was hast du noch im Sortiment? Jetzt geh ich zum Chicken Burger rüber. Mach dir mal so ein, äh, so ein, äh, wie nennt man das? Hä? Wenn man alle Burger miteinander mixt. Verpiss dich mal. Mach mal, ich mix mal zwei. So, dann mix ich dir zu dir jetzt einen Hamburger mit einem Chicken Burger. Auf geht's. Da haben wir es. Oh. Ja, jetzt sieht es aber sehr schön aus, Digga. Jetzt bin ich früh live. Vorleckwaffe. Du wirst heute so gemästet. Boah. Vielleicht kriege ich ja gleich einen Snipe. Tau 50. Der gibt ja. Äh. Warte mal, ist das ein? Ist das ein Alien oder ein? Nein, das ist ein Alien, okay. Ah, wo suche ich denn, Leute? Wo suche ich mir, Leute? Äh, zwei hab ich. Mach weiter mit dem nächsten Chili-Cheeseburger, Freunde. Ja, nee, das ist ein normaler Cheeseburger. Tada. Bruder, ich fühl mich gar nicht. Wow. Okay, bis jetzt, Bruder, aber hast du noch in Ordnung viele Kieze. Ich glaube, sechs schaff ich sogar noch. Oder? Oh mein Gott, jetzt sind die auch noch gut, Mann. Komm. Stirb. Einner Dwight. Stirb, Bruder, ich schwöre, ich sterbe. Oh. Ich lass mich outplayen, von dem ich glaub es nicht. Gott sei Dank. Ich glaub es nicht, Bruder. Gott sei Dank. Egal, Schmocki. Wieso baue ich nicht? Oh, ich dachte, ich geb ihm einen. Egal, ey, Bruder, ich schwöre, ich sterbe hier gleich noch. Ah, ah, ah. Ja, okay. Mach schön. So sad. Es ist so sad, Mann. Oh, Schmocki, ich fisch dich gleich, ich schwöre. Wieso? Warum wohl? Ich muss, ich kopf dir gleich. Dann, der letzte Burger, Freunde, der letzte Burger. Und Gott sei Dank, Digga, hat Schmocki diese Challenge verkackt. Ich bin so mad. Ist mir scheißegal, Digga. Hättest du hier auch den Kills gemacht, Bruder? Ich bin selber ausgewandert nach irgendeinem Buktu. Ist mir scheißegal. Aber gut, Freunde, ich würd dann sagen, ich schmeck mich mittlerweile auch gar nicht mehr gut, Digga, ich schwöre. Aber somit verabschiedet von diesem Video. Ich bin echt schlecht, Digga. Boah. Genau an die Grenze gekommen, Schmocki. Freunde, wir beenden das Video. Ich hab fünf Burger gegessen. Ich hab mehr leider echt nicht geschafft. Liegt vielleicht daran, dass ich heute Morgen noch gefrühstückt habe. Oder was war vor sechs Stunden? Wir sehen uns morgen um 16 Uhr, wenn ich noch lebe. Haut da rein und macht es auf jeden Fall nicht nach. McDonalds ist scheiße ungesund. Boah, mein Körper, Digga, der schreit gerade. I told you lange go on it all. I got what you waiting for. Hello, guys. Mein Name ist Erdemo Piquet. Ich hab mir auf den Kopf gesetzt. Sehen wir geil. Jetzt gehst du den ganzen Tag so weiter. So ein geiles Interessant. Ich hab Game of Thrones-Dies geguckt, aber trotzdem. Oder war das... Aaaaaah! Aaaaaah!